Ich stehe in den Globus und da wo mein Finger landet, in dem Land, muss ich ein Feature aufnehmen. Es ist Kolumbien. Bei meiner Recherche bin ich schnell auf den Kolumbianer Mike Kona gestoßen. Durch seinen Manager aber, weil er halt selber kein Englisch kann, habe ich halt rausgefunden, dass er gar nicht zu Hause in Kolumbien war, sondern halt in Amsterdam. In Amsterdam ist er gar nicht so weit entfernt von mir. Ja, und deswegen bin ich halt einfach spontan nach Amsterdam gefahren. Seine Unterkunft war dann irgendwie so ein cooles Boot. Auf dem Boot hat er seinen Fahrt aufgenommen und das kam dabei raus. Baby, baby, somos jóvenes crazy, crazy, subiendo como el trading, trading, solo pensamos en disfrutarnos. Cuando cae la luna, tratamos de despertar, pero tenemos nublada la mente. Let's take a put up, I will find a busy life.